ihr überlegt euch, was der gute Quentin hier sich gedacht hat. Jet und Schimmer besser als euer gesamter 5-Stack. Was lustig war, weil wir, ich meine, ziemlich sicher zu meinen, dass wir in diesem Game gestreamsnipt wurden. Das waren nämlich, genau, wir hatten 5-Stack gespielt und wir wurden gestreamsnipt, wir hatten aber trotzdem gewonnen. Und er schreibt, ich entschuldige, nee, ich habe das geschrieben, weil die beiden wirklich extrem krass gut gespielt haben und mir wurde dann unterstellt, dass ich einer von den Streamsnipern wäre. Das hatte ich nicht gesagt. Ja, siehste, ich erinnere mich. Ich meine, er wäre der Freund von den Streamsnipern gewesen. Ich weiß, die Nachricht war vielleicht nicht gerade passend und dafür entschuldige ich mich. Überlegt euch kurz, was wir mit dem guten Kerl machen. William, auch nicht im Wunderschönen. Ich bin jetzt wirklich mal ganz kurz auf dem Klo. Dauert auch nicht lange. Und dann entscheiden wir über das Schicksal vom guten Quentin. Ich bin gleich wieder da. Kommt er aus dem Lurkhaus. So, anbänden, 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 anbänden. Ich wäre auch für ein Anbänden, weil er sich für die Nachricht an sich entschuldigt hatte. Ihr würdet da auch zustimmen. Vor allem, wann war das? Am 29.06. Das ist jetzt schon über einen Monat her. Ablehnen. Sperre aufheben. Welcome back. Annahme senden. Chat. Eure Entscheidung. So. Hier haben wir einen absoluten Idioten. Den habe ich sogar sauber persönlich gebannt. Yes. Also, der gute 3333 4333 4R hat in den letzten Streams verhäufigst einfach negativ aufgefallen. Ja, nicht immer die Teammates beschuldigen. Man hat einfach mal einen Timeout bekommen. Jo, was ist ein Flick? Warum reporten? Sind besser? Muss man zugeben. Da war ich immer nur am am Fronten. Und dann schreibt er hier Ich werde jetzt sehr unschöne Nachrichten in den Chat schreiben und dann geht es für ein paar Tage auf die stille Treppe und freut sich. AfD ins Glst. AfD ins Glas. AfD ins Glas. Bekommen von Babo den sehr guten Timeout. Ähm. Aber von mir darauf einfach ein Bann, weil es in meinen Augen absolut unnötig ist. Warum musst du dir ein Timeout auf solche Art und Weise holen? Chat. Und dann ein Bannungsanfrag ist warum? War so ein Idiot. Weg. Weg. Brauchen wir nicht im Chat. Weg mit ihm. Weg. Weg. Oh mein Skylack. Ja. Ähm. Also sind wir mal ehrlich. Ich gebe jedem gerne eine zweite Chance, aber der hat ja nicht mehr Sorry gesagt. Oder Entschuldigung. Warum? Ich weiß nicht, ob er da irgendwie zu oft gegen die Tür gelaufen ist, aber der IQ ist insane gedroppt. Ja. Hier das waren ja noch halbwegs normale Nachrichten. Also ihr sagt auch, brauchen wir nicht äh. Weg damit. Ablehnung gesenden. So, wen haben wir hier? Wir haben Take Two Off. Hey, warum spielst du eigentlich keine Frauen in E-Sports-Teams mit? Ah, das waren sogar eigentlich noch normale Fragen. 11.09.2022. Ein halbes Jahr später kommt er wieder. Kannst du mal ein Video machen, wie man seinen Monitor platzieren soll? Haha, so lustig. Ja, halt Höhe und Winkel. Okay, danke. Immer wenn ich meine Freunde 5er-Q spiele, wir sind Gold-Platin, sind immer gegen Full-Tier-Tin. Warum ist das so? Ist im Übrigen nicht so. Kleiner Lawiner. Ähm, und dann schreibt er am 14.06. rein Goof Lord Lamy bekommt von Moa einen Timeout und einen verdienten Bann. So, warum bin ich gebannt? Goofy ist ja keine Beleidigung. Schwierig. Das Ding ist, ich würde ihm gerne eine zweite Chance geben. Aber, passt mal auf, ich erzähle euch mal was. Scheiß egal, ob ihr am Recht oder Unrecht seid. Wenn ihr ein Anliegen habt und ihr sitzt nicht am längeren Hebel, tut das, was von euch erwartet wird. Sagt einfach sorry. Es tut mir leid, ich wollte dich damit nicht verletzen. Irgendwas. Stattdessen immer auf seine Meinung behalten und sagen, warum wurde ich gebannt, ist doch keine Beleidigung. Wisst ihr euch meiner? Mir geht es da so ein bisschen um Respekt. Was sagt ihr Chat? Man entschuldigt sich immer. Weg damit. Muss nicht zwingend böse gemeint sein. Das ist auch richtig. Aber, weißt du, Valdi, wenn man auf Twitch nur die Möglichkeit hat, sich in Form von Textnachrichten zu äußern und die Interpretation dabei oftmals beim Receiver, also bei mir liegt, ich habe es wahrscheinlich gar nicht mal gesehen, Onlymore hat das zu Recht dann auch erst mal getimert hat, dann liegt es ja auf meiner Seite, was ich von Gooflord halte und Gooflord klingt für mich jetzt eigentlich echt nicht cool. Ja. Ähm. Deswegen frage ich mich, was soll diese Nachricht? Vor allem, wenn der einmal im Schalter eine Nachricht reinschreibt. Man sollte Mitmenschen immer so behandeln, wie man selber behandelt werden will. Guter Punkt. Richtig gesagt, trotzdem würde ich unbanen. Gehen wir in eine zweite Chance und beim nächsten Mal gibt es eine Schelle, natürlich metaphorisch. Das wäre eine tatsächlich eine Option, dass wir den im Auge behalten. Wann war das denn? 14.06. Lass uns ihn noch ein bisschen schmoren lassen. Ist das ein Deal? Wir lassen ihn noch ein bisschen schmoren. Okay? Und dann unbannen wir ihn etwas später. Ich meine, bis der wieder im Stream vorbeischaut, ist er wahrscheinlich eh nächstes Jahr oder so. Okay. Ja. Gut. Auch immer der Wahnsinn, Alter. Schreibt eine Nachricht rein. GG, es war der Harbour. Von Moa gesperrt. Ehrlich gesagt, kann ich mich an den Tag nicht erinnern. Oh, es gibt da drei Mod-Kommentare. Uh, ein Bild. Ein Bild. Ist das ein cooles Bild? Ja. BB, gut. Hier nochmal der Beweis. Hier ist der... Gott. Äh, Harbour. Für Moa. Gegnerteam. Lame in mind, es wäre sassy Gameplay. Das ist vor allem immer so lustig. Wenn ich während dem Spiel sage, oh, ist ja sass. Und er durch Zufall im Nachhinein bei mir im Chat landet. Aber wir hören uns mal seine Entschuldigung an. Also, hi Mods. Ich wurde gebannt, weil ich, wie zu sehen ist, nach einem Spiel, in dem ich gegen Lamey gequeuet wurde, GG's in den Chat geschrieben habe, weil ich das halt so mache, wenn ich sehe, dass einer der Gegner ein Streamer war, den ich kenne. Ich wurde halt accused für Streamsniping, weil Lamey die Gegner sass fand, aber habe ich halt nicht. Beweise geht halt, also Beweisen geht halt schlecht, aber im Zweifel für den Angeklagten oder so, wie das heißt. Liebe Grüße, Gott. Auch wenn er sich nicht entschuldigt hat, ähm, sehr, sehr höflicher Entbannungsantrag. Und ich persönlich, weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, aber ich würde ihn anbennen. Moin Madden. ist okay, respektvoll, unbann, unbann, hast recht. Machen wir so. Welcome back. Man hätte noch nie vorher was reingeschrieben, aber wer weiß, vielleicht ist er ein extrem harter Lurker. So. Ja, meine Damen und Herren, lieber Chat, wir haben Tomo07 schreibt. Eins, Reaver oder Iron Caramel, Focus Gecko, FDM. Ah, fickt deine Mutter. Hätte ich nicht mal gewusst. Bro, kannst du mich entbannen? So auf jeden Fall nicht. Also manchmal frag mich echt, ob hier jemand zu viel Kokain nimmt. Ablehnen. Nee, Bro, geht nicht, sorry. Unlucky. Mann, ey, Katoschke, der ist maximal zwölf Jahre alt. I don't know, we will see. Ach, Mann, ey, gönn doch, Bro. Sorry, heute nicht. So, also, der gute Flame VB1 schreibt, Lamy so, ach, den hatten wir schon mal, Lamy so ein HS-Digger, ergibt so Kack-Tipps. Vor allem, hatten wir schon mal drüber gesprochen, wer Lamy ist, könnt ihr gerne mal schnell auf YouTube eingeben, da cringet ihr euch weg. Anyway, er schreibt, liebes Mod-Team, es tut mir echt leid, dass ich so eine Kacke geschrieben hatte, weil dort in meinem Kopf abging, war saudumm. Das mit dem HS ist einfach nicht okay, Lamy ist ein toller Streamer und seine Streams sind super sowie unterhaltsam. Habt noch einen wunderschönen Tag. Genau, beim letzten Mal haben wir gesagt, wir lassen dir noch ein bisschen schmoren für so eine sehr, sehr höfliche Entbannungsnachricht oder Antrag als auch Entschuldigung, ist das auf jeden Fall ein Unbann wert, oder? Der hat jetzt auch zwei Monate genug geschmort, der war wahrscheinlich einfach super sauer, weil er irgendwie ein Game verloren hat oder eine Losing-Strike war und hat gedacht, okay, wir schieben das mal auf den guten Lamy. Willkommen zurück, mein Lieber. Im Auge behalten, das war ein guter, guter Punkt, ja. Willkommen zurück, mein Lieber. Hoffe. Liegt ja nicht immer daran, wer die Tipps gibt, sondern auch, wie man sie umsetzt. Deswegen, der Kollege wird beobachtet, ganz klar und damit aber auch entbannt. Und damit sind wir für die heutigen Entbannungsträge auch erstmal wieder durch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.